Ein Lieblingssport der neuen Zeit Das Mann, der tut, was du nicht, ist das Mann, der tut, was du nicht, ist das Mann, der tut, der schützt den Händler in die Schuhe. Jetzt, ja. Vielen Dank für den wunderbaren musikalischen Beitrag Wilma Heuken, Heike Rückert und Thorsten Grell. Wilma Heuken und Heike Rückert haben uns schon öfter erfreut bei unseren Montagsdemos in der Formation Three Times a Lady. Und Thorsten Grell hat 2006 den Jazzpreis gewonnen und hat übrigens auch bei dem Hörspiel mitgewirkt, Letzte Wahrheiten über Stuttgart 21. Wir freuen uns sehr, dass Thorsten Grell auch heute hier mit von der Partie ist. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Freundinnen und Freunde des Kopfbahnhof 21. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder sozialreich gekommen sind, zu Tausenden trotz Regenwetters aus Stadt, Land und Region. Herzlich Willkommen im Namen des Aktionsbündnisses bei unserer 52. Montagsdemo hier auf Warnhof. Liebe Freundinnen und Freunde, nur durch unseren intensiven Protest seit über einem Jahr haben Sie und wir alle erreicht, dass es überhaupt zu Schlichtungsgesprächen kommt. Bundesweit ein Novum. Bürger haben durchgesetzt, dass Planungen und Alternativen auf den Tisch kommen und gegenübergestellt werden. Das haben wir erreicht. Und selbst Regierungschef Mappus fühlt sich inzwischen genötigt, davon zu reden, dass in Zukunft die Bürger bei Großprojekten vorher, nämlich vor dem Planfeststellungsverfahren, einbezogen werden müssen. Das ist unser Verdienst. Einen Ablauf wie bei Stuttgart 21 kann sich in Zukunft keine Regierung mehr leisten. Ein Gewinn für unsere Demokratie im Land, das haben wir bereits in Stuttgart für alle erreicht. Und wir bleiben weiterhin dran mit unseren guten Argumenten, dieses eben nicht leistungsfähige Milliardenprojekt noch zu verhindern. Bemerkenswert heute, die Zukunftspläne der Bahn, heute zu lesen in den Stuttgarter Nachrichten, will die Deutsche Bundesbank in bundesweite Fernbusliniennetze investieren. Und zwar mit Billigbusangeboten, mit unökologischen Billigbusangeboten. Offensichtlich will die Deutsche Bahn auf unökologische Busreisen ausweichen, weil ihnen die Zugleise nicht ausreichen, mangels Leistungsfähigkeit, wie wir das ja auch bei Stuttgart 21 vermuten. So kann nicht die Zukunft der Bahn aussehen, liebe Freundinnen und Freunde. Abgesehen von der Leistungsfähigkeit des Tiefbahnhofs hat der Bundesrechnungshof nun laut Stuttgarter Zeitung Bundesverkehrsminister Ramsauer der Irreführung bezichtigt, der nämlich bisher immer behauptet hat, dass die Finanzierungsverträge für den Durchgangsbahnhof und für die Dallbaustrecke im Einverdienen mit dem Bundesrechnungshof gewesen seien. Lügenpakt! 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 Das wussten wir schon lange, dass der Bundesrechnungshof weit höhere Kosten gerechnet hatte. Aber gut, dass diese Wahrheit auch heute ans Licht kam und in aller Deutlichkeit nochmal vom Bundesrechnungshof selbst bestätigt wurde. Dann habe ich mir gut gesagt, wir bleiben dran mit unseren guten Argumenten und deshalb wird jetzt Hannes Hockenbauch vom letzten Schlichtungsgespräch am Freitag berichten. Hannes Hockenbauch! Applaus